Untertitelung. BR 2018 den Weg ich kenne. Spielen wir werden. Die Windmühle du nur aufsteigen wirst. Das Feuer du holen wirst. Den Weg du kennen wirst. Hab ich was verpasst? Weiß man nicht. Weiß man. Grüße. Ein Krieger du nicht bist. Hinaussteigen du willst? Hinaussteigen du nicht wirst. Weg du nicht finden wirst. Hinaussteigen wir nicht wollen. Schönheit wir haben gefunden. Weg du um Kopfhinaussteigen wirst. Gehen wir zurück zu Agora. Ich wollte nicht sprechen genau. Ich geh nicht zu Agora. Hier lang nicht mal gehen. Die beiden wieder. Guck mal, wie du da bist. Ja. Ja. Ich geh nicht mehr. Damit du sagst, wir sind immer wieder. Wir sind ja. Ich bin ja. Ja. Ja, da du gehst. Ja, genau. Die Säge erfand. Das Instrument erfand. Das Feuer erfand. Warum finden? Die Waffe erfand. Die Säge erfand. Das Instrument erfand. Okay. Links. Links gehen passieren. Links gehen passieren. Die Säge erfand. Die Säge erfand. Links. Weiter Tasse. Das ist rechts. Links. Links. Nichts. Nichts. Baba. Wie ich bin. Ne. Okay, Theaterstücke ich noch mal gucken kann. und zu jemand anderen fähigen ich würde ja kreuzen und Oh. So. Dann können wir aufsteigen. Die Säge gefunden. Die Säge erfand. Oben. Die Säge erfand. Obwohl es da rausweht. Auch wenn er nicht. Na, guck mal. Jetzt kümm ich auch rechts in die Säge rein. Gehe ich rechts auch wieder raus. Das Instrument erfand. Obengegen passieren. Warte. Warte. Und ein Gen passieren. Warte. 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 Hier bitte. Weg nach oben. Okay, hier ist kein Durchkommen. Hier ist mit hier. Windmühle. Das fängt auch mal aus. Theater. Gehen wir mal hier lang. Hier schon. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Hier weiter. Agora. Genau, das kenne ich. Gehen wir hier lang. Wieder nach oben. Auch immer ich da rauskomme. Hier ist aber beleuchtet. Komisch. Ist auch nicht beleuchtet. Hier fahren wir die Wege lang, wo nichts dran steht. Agora. Gora. Gehen wir schon langsam in den Kuchen. Ich bin schon wieder raus, ja. Ist das eigentlich der Weg zur Windmühle so gesperrt? Kann sich nachher irgendwas aufbrechen oder so? Warte mal. Warte mal. Ich wollte oben bleiben. Wieso geht es denn hier nochmal zur Windmühle? Wie viele Wege führen denn zur Windmühle? Da geht es wieder zur Aurora. Alles durcheinander hier. Gewissens den Ort finde ich wieder. Das Ganze kann ich nicht, ne? Mhm. Okay. Dann gehen wir mal zum Theater. Da können wir da ja noch was Sinnvolles. Wieder Steintafeln. Da möchte ich auch schon mal. Hier ist eine Sackgasse, ja. Also doch, hier hoch. Von hier lang. Von hier lang. Hier lang. Da habe ich die Tür irgendwann aufgemacht. Mit sich von. Hier kam. Hier war ich schon draußen, ne? Das ist der Eimer, der hier so droppt. Schöne macht. Okay. Zum Theater. Ich bin doch gerade beim Theater rausgekommen. Kleine. Und es gibt einen... Nicht erkennbar und die Festung nicht erkennbar. Jetzt noch. Die Festung. Freiheit. Wahlhaus sein. Pluralvogel. Die Menschen des Klosters sind frei. Menschen nicht erkennbar. Der Restung. Der Restung. I-M. Der Restung. Ich habe irgendwann den Restung. Deriana. Der Restung. Der Restung. Freiheit. Was haben wir ihm sogar aufgeschrieben? So Menschen. Der fehlt mir hier. Oh ja, erhebe mich bitte fest. Das ist aus. Kloster. Mensch. Hi. Festung. Ja, Mensch. Ich erkenne der Festung. Frei die Menschen des Boosters sind. Die Menschen der Festung. Die Menschen des Boosters sind frei. Menschen nicht erkenbar. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ich kann hier nicht mehr vorbei. Ich gestehe, wenn ich irgendwo landen würde und keine Ahnung von der Sprache hätte, ich würde drauf gehen. Ja, da. Die Kabine. Okay. Ja, da muss ich... ... ... ... ich war hier noch komplett nicht ich weiß es nicht